Herzlich willkommen zum MOOC Demokratie und digitale Revolution. In einem unglaublichen Tempo schreitet die Digitalisierung alle Bereiche unseres Lebens voran und birgt damit nicht zuletzt Implikationen für unser demokratisches Zusammenleben. Im folgenden Kurs möchten wir Ihnen zentrale Herausforderungen und Fragestellen der digitalen Revolution anhand ausgewählter Fachbereiche näher bringen. Sie erhalten Einblicke in historische, rechtliche, politische oder soziale Dimensionen der Digitalisierung und werden selbst dazu angeregt, Problemfelder zu erkennen und miteinander zu verknüpfen. So lernen Sie beispielsweise das Konzept des digitalen Humanismus kennen. Wir diskutieren Praktiken politischer Partizipation im digitalen Raum, beschäftigen uns mit KIs, Algorithmen und Chat-GPT oder zeigen Ihnen Beispiele für eine moderne, digitale Stadtpolitik. In einer engen Kooperation zwischen dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und der Stadt Wien wollen wir dabei vor allem die Verknüpfung zwischen einem wissenschaftlich fundierten theoretischen Fundament sowie konkreten Beispielen für digitale Entwicklungen in der Praxis veranschaulichen. Am Ende sind Sie gefragt, wohin wird uns die digitale Revolution führen und welche Möglichkeiten haben wir, sie mitzugestalten?